Rote Rosen Vorschau Folge 3693 Matthias erkennt nach dem magischen Moment mit Sandra, er kann seine Gefühle nicht mehr leugnen und will offen mit Birgit reden. Davor spricht Matthias mit Gunther über seine Situation und dass er sich trennen will. Birgit hört das Gespräch zufällig mit und erleidet einen Nervenzusammenbruch. Simon will einen Propitec als Geschäftsführer absolvieren, um seine Entscheidung abzuwägen. Amelie findet sich mit der Situation ab und zeigt sich Simon gegenüber versöhnlich. Doch niemand hat mit Giolina gerechnet, sie will unbedingt verhindern, dass Simon Geschäftsführer wird und behauptet vor Gunther, Simon habe sie belästigt. Annette kann ihr Misstrauen gegenüber Malte nicht ganz ablegen, als er zu einer Verabredung nicht erscheint, vermutet sie das Schlimmste. Doch noch schlimmer ist, sie kann sich niemandem anvertrauen. Malte spürt, wie sehr Annette leidet und sagt Mela den Job ab. Tina ist geschockt von Bens Kündigung. Wie soll er so den Kredit bedienen? Gleichzeitig lässt sie sich von Charlottes Geschäftsidee anstecken und will investieren. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020